moin moin und willkommen zurück zu 7 days to die wir sind jetzt gerade schon mal zu den buden gelaufen wir müssen noch ein bisschen looten bevor wir anfangen weiter zu bauen oder generell anfangen zu questen hauptsache wir kriegen erstmal unseren ganzen krempel zusammen mitchell ist am start ist ein duo projekt und ja wir legen einfach los gehen mal rein erstmal auto und garage haben wir gesagt wenn jetzt hier schon blei und blei und benzin dachte benzin ist blei frei sind auf eine tülle gefunden ja super ja hier ist so eine werkbank drinnen mit plastik toll plastik rüstungsfertigung ok jetzt ist genau deins die mülltonne bauen wir ab plastik ist hier oben was hier heim versteckt jawohl wo denn wo denn tatsächlich direkt quasi direkt oben aber es war nur ein verband und da ist noch eins hier oben nee hatte gedacht aber war nicht hier die das haus also die tür die hauen wir hier schnell ein erst richtig erst die tür prüfen ob es auf geht das haus kennen wir schon dritten stimmt ja hier waren wir drin in dem jetzt voraus waren wir drin und dann rechts davon waren wir auch drin da mit diesem abgestürzten dach ich bin mal schon mal zum nächsten gelaufen da wo wir wirklich drin müssen da war jetzt schon wieder eine bitter eine bitter aktion aber wenig briefkästen jedes nicht mehr jedes haus ein brief ein im briefkasten ne bestimmt oh ja hinten steht ein rotes auto auf der straße was war das was für ein baum gefällt ja ich hab ein baum gefällt mach du nicht so was hier ein buch für dich medizin buch ich treff die olle nicht hier ist das haus hat eine hundehütte ja das ist nicht cool jetzt zeig sie drauf nur dass du schon mal gehört hast ja hier steht hinter dem haus eine hundehütte medizin kapitel wie gerade ein huhn gesehen tatsächlich leistet ich sehe jetzt das ist so ich geh vorne rin die tür kloppig schnell auf vor dem scheiß holt ihr euch ja ich auch ich auch verstehe ich kann ich kann ich kann leider nicht von hinten kommen die tür ist zu alt hier drin sieht soweit so jüte aus weil das sind da gerade geplatzt ein kopf ein kopf das hat sich schlimm angehört die blonden strähnen kamen leider zu spät um die ecke hat in der medizin in der dusche liegen lassen und noch medizin buch ich habe mich aber aus der dietrich ich habe gerade meine 2 die ich hatte vorballert und dann markiert ihn selbst mal damit wir das nicht vergessen wirst du einmal honig hier deinem rucksack auch schön das ist eine glotze wie plastik plastik ein nähtset eine golddublone und nächstes kochbuch jawohl hier kann ich dir schon mal deine bücher geben oder der känge gerade fest ein bisschen stühle immer einsammeln und crepen echt menschen das lohnt sich für das bisschen holz ja immer du hast übrigens dosen stehen lassen da war noch mal ein kochbuch drin da war noch ein steckdosen habe ich auch gesehen tatsache gegrilltes fleisch jawohl und roter tee nice zwei richtig gute sachen und erste hilfeverbände kann ich auch kraften jetzt naja wir wollen so irgendwo muss ich doch hier hoch hier das kann doch nicht alles gewesen sein wie kommen wir denn hier hoch hier ist eine leiter hier ist eine savage country kiste öffne mal 9 mm munition jawohl jawohl oh da hat mich innerl gesehen gerade wie ich auf das dach geklettert bin ich kann mal instant nachladen ja ist richtig bleib liegen alt wird jüd sehen wir hier vom dach vielleicht noch was also ich springe jetzt schon mal das nächste haus rin die goldsmith residenz das klingt nach geld das ist meine schrotflinte nachgeladen für alle fälle her und wir lieben das geld ich bin mr krabs und liebe geld hier ist schon mal ein versteckter keller geld 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 und laptop gleich mal ne runde zocken eine runde 7 days am besten oh 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 wo bist du ich bin direkt nach unten durchgebrochen da unten ist wasser oh wo bist du wo genau bist du durchgebrochen durch den fußboden in dem raum wo wir gerade waren oh scheiße ja da oh ach hier ja jetzt ist aber das ist halt auch verdammt laut hier ist es gar nicht laut fuck off big mama kommt und ist glaube ich wütend big mama ist down absolut keine ausdauung habe ich meine ausdauung von null ich habe die fisch haben wir auch noch einen armen gebrochen oh fuck oh fuck die kette in gips verband weiß ich nicht guck mal hier geht das für ein arm prüf mal ne naja gips sieht er auch nicht bei einem bruch siehst du da war ja was stimmt das war doch die scheiße weißt du wie ich mich erschrocken habe als ich hier unten auf einmal am wasser war ja das lobe ich nicht mal gelohnt der aufwand hier kürbis für kürbissamen kürbis koch buch man hat sich doch doch wohl und übel war hier der scheiß boden hier ja ja bloß nicht ins esszimmer hin das esszimmer ist pui 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 hier ist ein versteckte Sektor uh Stahlsperrteile so ist hier Werkstatthalle hier ja da oben ist noch ein Karton gucken Rohrholz Motor Benzinkanister Nägel ein Knochen Werkzeugkasten Eisen und kleines Eisenrohr der Dinger schnell uh Working Stiff Tools los 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 coole Sachen naja immerhin E-Motor aber hier ist ein Buch Scrapping for Fun Scrapping for Fun Schrott ist das eine ist das der der Schrott des einen ist des anderen Schatz verbessert die Fähigkeit von Sammelwerkzeugen also also Wrench willst du das haben wenn du das nicht möchtest ich zieh mir alles in den Kopf das ist gut das ist richtig und wichtig Schraubenschlüssel freigeschaltet Schraubenschlüssel freigeschaltet Qualität 1 Ja was darfst du tun da habst du davon zwölf geschmiedete Eisen vier Mechteile zwei Klebeband Wo hast du das davon? Brauche ich pro Schraubenschlüssel, den ich craften kann. Achso. Das ist auch eine Hausnummer. Ja, wenn du das erstmal eh mal hast, dann jetzt aber voran. Mit den Teilen, die du grad offiziell hast auch, ne? Ja. Jawoll. Sieht aber schon geil aus hier an der Brücke leider. Ja. Das hat was. Find ich allerdings auch. Boah. Ganz knapp an der Schulter vorbeigeschossen. Ach du auch, also. Gelbe Augenblick, den ich richtig sehe. Ah ne, doch nicht. Aber der Junge hält sowieso standardmäßig mehr aus. Hier hinten rennt ein Huhn. Den hab ich doch richtig gesehen, ne? Ja, ist hier rechts am Haus vorbei irgendwie. Ja, wie ihr seht. Vielleicht glaub ich werd's nicht treffen, weil sie sich bewegt. Boah. What? Versuch den Typen zu treffen. Der hat getroffen. In Arsch. Das hat schon Backflame immer. Jawoll. Darfst du tun. Das ist immer so kiten was ey. Ja. Da kannst du lieber rumrennen und Nester sammeln. Ist so. So und andere Gebäude schaffen wir noch, wa? Oder wie sieht bei dir aus mit Inventar. Ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Da war ich grade nen Messingkühler hiervon. Ich werd gleich mal crapen. Das werd ich nicht in den Ofen schmeißen. Das ist mir jetzt sehr schwer. Hier ist noch ein Briefkasten. Der ist leer. Hier ist noch ein Briefkasten. Der ist auch leer. Welches Haus bist du jetzt? Malone Residence oder? Da wo wir grad dran waren. Ich bin Lincoln Residence. Okay. Hinter dir. Da wo wir quasi grad waren mit dem Huhn. Ja. Bin schon dran. Einmal trübes Wasser. Das hört sehr sehr gut. Kaffeepulver. Kochbuch. Hm. Eine Kartoffel. Bin ich alter Typ. Maismehl. Kaffeepulver. Maismehl. Warum ist in diesem Geschirrspüler Gammelfleisch drin? Gekochtes Fleisch Juckasaft freigeschalten. Nice. Gekochtes Fleisch ist eigentlich auch insane. Wendet denn Wasser regeneriert. Aber um Wasser zu regenerieren muss man erstmal Wasser innen. Ne? Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt zwei Kleidersäcke mit schwerer Rüstung. Also einen schweren Lederhelm fertig. Stufe 2. Interesse sonst scrappig. Ja, ich scrap das ruhig. Schwere Sachen sind glaube ich noch nicht so gut. Bei dem Ausdauermangel den man hat. Ist richtig. Na, ich mag sowieso keine schweren Sachen. Also ich werde jetzt sowieso nie anlegen. Ich gehe da auf leichte Rüstung. Das war's wohl das Haus schon. Ich glaube auch. Wenn es keinen Keller gibt. Aber es hat noch eine Garage. Ich hatte noch die, wollte ich gerade da einmal. Da war noch was. Das geht ja immer noch. Oh, hier Buch für Fahrzeuge. Da gibt es schon Stufe 5. Wir können jetzt schon Fahrrad herstellen. Oh. Oh. Das andere nehmen das Papier. Ich muss hier aufreißen rein. Das ist die Taktik. Die Taktik die schon viele Leute umgebracht hat. Oh, Freitag. Aber hier ist ja auch nichts drin. Nein. Hier ist nur ein bisschen konkret. Das ist ein bisschen beschiss hier. Das kommt ja nicht ran. Ach, hier doch ja auch nicht. Ab nach Hause. Ich bin voll. Ich bin auch voll. Nein. Schon wieder. Schon wieder komplett voll gelootet. Ey. Es geht richtig voran. Du hast noch einen Humble Mann. Der kriegt erstmal eine. Ja klar. Dreh dich weg. War ja nur ein Eisenpfeil. Oh, schön. Headshot. War ja nur ein Eisenpfeil. Ja. Das Gute an dem weiten Laufen ist. Ich kann wieder mal trinken. Ja. Huhn. Hab sie sehen. Ich hab's noch nicht so raus wie hoch ich elben muss mit dem Pfeil. Mit dem Bohren meinste. Ist Bohren abhängig. Mein mein ich doch mit dem Bohren auch. Aber muss schon ganz schön hoch halten finde ich. Ich glaub das. Also von mir fühle ist das mit der ballistischen Kurve noch schlimmer geworden. Erwischt. Oh nice. Ich muss eh zerschnippeln wie ein Kirschner. Ja. Ah 27 Pfeile. Ja. Ja. Cordelettes. Oh und Plastik. Hast du Schmerzen irgendwann? Immer wenn du rennst tut irgendwas weh. Ja Mann. Ich hab immer noch irgendwas. Warte mal. Was hab ich überhaupt? Was hab ich? Mein Bein ist verstaucht. Hilft dir eine Schmerztablette? Wiss ich nicht. Guck doch mal was die Schmerztablette sagt. Ja. Ich hab mir die einfach in den Kopf gekloppt. Hilft das dagegen? Ah nein. Ist das schlimmer gemacht. Ein Businessman? Hier ist ein Huhn. Ich seh den Businessman da. Ja aber ich hab... Kannst du den Huhn ernten wenn du möchtest? Geil. Wo 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 wo? Hier hier hier. Nice. Irgendwie hab dir den Businessman enthauptet. Wieder 27 Pfeile. Nice. Ich bin hier auch fast ins Loch hier vorhin ja. Ich prüfe mal mein Level ab kurz. Oh ja. Guter Einwand. So viel Zeit muss sein weißt ja. Finde mehr Rüstung in Beute. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Ähm. Hm. Das ist halt das was früher oder später auch Sinn macht. Also werde ich da schon mal einen Punkt reinsetzen. Ja. Schrot und Maschine. Wer wird meins sein. Sniper brauche ich ne. Geiler an der Beinverstauchung ist ja auch ja. Jedes mal wenn ich sprinte fängt die von... Fängt die wieder von vorne an zu ticken. Naja er tickt immer ein bisschen hoch. Also komplett von vorne hoffentlich nicht dass sie das so gemacht haben. Das wäre ja echt mega gemein. Oh Biker. Ich seh schon. Bin dran. Synchron im Kopf. Jawohl. Da ist mir die Rüstung runter von den Typen. Guck mal schön Uwe Birne. Jawohl. Aber meine Ausdauer ist nicht vorhanden. Ja. Völlig im Arsch. Ist auch noch springen. Wieder aufs Tor weg. Schon gemein manchmal das Spiel. Die Schrotflinte backt übrigens. Immer wenn ich so ausrüste habe ich die... Ja. Schussanimation. Also beziehungsweise qualmtet. Man sieht Meldungsfeuer. Die fällt doch jedes Mal aus deiner Hand. Wenn du die ausrüstest. Echt? Oh Mann. Du hältst sie dann zwischen den Beinen wieder auf. Muss total dämlich aussehen. So jetzt aber los mit. Los nach Hause ey. Das ist hier auch wild. Müsst ihr aber langsam wieder eine Quest machen ne? Ja. Schon Tag 4. Eigentlich schon. Krass. Wir müssen uns beeilen. Vielleicht müssen wir so ja noch vor... ...vor dem Blutmode umziehen. Auch auf jeden Fall jetzt erstmal mal Getränk wenn wir wieder zu Hause sind. Ja definitiv. Da ist natürlich wieder irgend so ein Zappelmann. Kriegt erstmal eine. Jawohl. Nice. Wir haben jetzt gleich der Schädel weggeplatzt. Bisschen offen hier. Bisschen offen der Kopf. Bei ihm kommt auf jeden Fall richtig Luft ran. Da kommt Luft ran ja. Der zieht Luft jetzt. Der zieht neben Luft. Ich komm mir nicht an eine Leite ran weil die Ausdauer fehlt ne? Unnormal. Alles einsortieren hier. Zack. 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 Schon ist das Inventar leer. Oh. Drop, 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 drop. Meistert. Hat mir nicht schon Näsert hast du gesagt? Ja. Brauchst du Näsert? Ne, ne. Ich hab das gerade gesucht zum Einsortieren. Also wir haben da einen Drop gehört. Ich würde sagen. Drop, 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 drop. Währenddessen mache ich in meiner Hosentasche den ganzen Arsch voll Stahlpfeiler, äh, Eisenpfeiler meine ich. Drop, 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 drop. Okay. Siehst du, ich kann auch noch zu mir mal Wasser ansetzen. Ah ne, das musst du ansetzen. Bei dem Speedball. Genau, ist rechts drinnen da in dem. Ich lege das gleich immer in dem Ofen. Musste nur eh mal rausnehmen und dann. Ja, ja, ja. So, Munitionsteile. Einen Motor habe ich noch. Einen Rüstungsteile habe ich. Oh, was sind das? Stahlrüstungsteile. Ah, okay. Ich glaube den Motor behalten mal so oder so. Denke ich, oder? Ja. Brauchen wir ja früher. Wann brauchen wir den? Ist halt so eine Frage, ne? Jetzt auch noch mal Teile. So. Und Juckasame habe ich einmal. Mach das erste Mal jetzt. Ja, dann hauen wir gleich hier Brat an, ne? Bratfleisch. Ja, ich habe gleich mal einen Riechen-Stack drin ja. Nice. Wie funktioniert das mit dem Wasser abfüllen eigentlich? Das fehlt automatisch in, in ein Glas. Okay. Ich habe das eine, da war noch ein Wasser drinnen. Das habe ich gleich gesoffen, wo ich auch gekommen bin. Hier in der Esskiste ist noch ein Wasser. Alles gut. Ne, ne. Ich meine nur, um zu wissen. Weil wie gesagt, die Schraubbläser gibt es ja nur nicht mehr einzeln. Ne. Wird tatsächlich erledigt. Der füllt das, der füllt, der füllt das Qual ja dann selbst ab. Wenn die Leiste mit dem Wasser voll ist bis oben. Hm. Dann wird, dann wird es ein Glas. Okay. Zeige mal die zwei Wasser raus. So, und hier müssen wir jetzt Richtung Mission, ne? Stufe abholen. Das ist eine Buddel-Mission, ne? Ne, abholen. Das sind, basically meine Lieblingsmission. So, hier waren noch irgendwo Fasern. Der kommt immer mit drin bisher. Ihr gebt dir mal schon mal ein paar Stahleisenpfeile. Oha. Bist du da sicher? Ne, selbstverständlich. Leisenpfeile umgehen kann. Ich crafte mir mal noch 10 Steinpfeile schnell, weil ich noch 10 Federn hier habe. Mach mal. Ich lobe schon mal langsam, also ich schleiche schon mal los, besser gesagt. Ich muss jetzt sowieso nebenbei Wasser trinken. Dass ich die Zeile voll kriege. Warum sollte ich warten? Darauf, bis ich muss sowieso so viel einnehmen. Hm. Also wir laufen jetzt gerade. Begebt die zum Sammelpunkt. Bring Vorräte. Genau. 570 Meter oder so weg von hier. Ja. Oh, ich muss noch kurz warten, bis der Wasser sammler das letzte Wasser gemacht hat. Ich bin immer noch lustig. Achso. So. Und guck ich mal, hier ist noch ein Holzstamm. Ah ne, ich bin noch dumm. Ich habe doch Wasser hergestellt. Zwei sind da noch, weil zwei habe ich mir mitgenommen. Ist das gleich so halb halb. Ich bin halt noch ein bisschen langsam. Ich habe halt noch ein verstauchtes Bein für 2 Minuten. Achso. Dann machen wir auch so, dass es geht. Ist nicht schlimm. Kann ich Holz sammeln und Stämme. Und Stämme. Vielleicht findet ihr auch ich mal Honig. Kann ja O sein, sagt man. Jetzt wird auch mal vorkommen. Vielleicht soll ich die Bäume auch mal wieder pflanzen. Für die Natur halt. Der Drop ist ja direkt neben dem, wo wir gesammelt haben. Wo das Quest ist. Echt jetzt? Der Air Drop, also der Air Drop ist 435 Meter weg. Und das Quest 385. Jackpot. In dieselbe Richtung. Ach, das wird dir ja angezeigt. Jackpot sag ich da nur. Das ist neu, dass das angezeigt wird. Man braucht die nicht mehr markieren, ja. Ist das... Nein. Hier sind ganz viele tote Bäume, wo ich langlaufe Richtung dem Punkt. Wasteland. Ich wollte es nicht sagen, war. Safe Call ist Wasteland. Oh. Ja. Das sieht man doch schon an den verdröhlichsten Pappkamera an da. Der war ja nicht so gut gerade. Aber guck mal, verbrannter Wald. Ein halber Schädel. Schlimm genug, dass die überhaupt eine Anzeige haben. Ja, Mann. Ja, Mann. Einfach nur eine Umgebung. Ja. Ein halber. Ach, das PY sieht übelst geil aus. Ich krieg ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Jetzt. Oh, der Airdrop ist natürlich dumm. Der ist noch hinter dem nächsten Berg. Na, die Mission ist auch hinter dem Berg. Ist die nicht in dem Haus hier? Nee. Judy Bitch. Judy Bitch. Judy Bitch. Glaube ich, soll das heißen. Alter, viereinhalb. Leck mich fett. Da sind Kürbisse. Auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin treffe. Heinz, das Feld bricht ein und du bist mitten in der Hölle? Ähm. Das wird mich nicht wundern. Nee, das stimmt. Oh, hier sind echt viele Kürbisse. Wir müssen aber irgendwie drum herum laufen. Hier können wir nicht. Ja, ist richtig. Müssen wir ja. Irgendwie um hier hin. Ja, müssen wir da wieder den Weg lang. Ja, wir müssen hier wohl auch alle. Können wir den Berg hoch? Hier sind noch Kürbisse. Die wollte ich jetzt nicht ernten. Mein Charakter kann das nicht. Der ist ein bisschen zu... Da hinten ist ein dunkler. Tatsächlich. Übernehme. Schuss. Da nehmen. Heike, hab auch hier sehen. Hier ist Ruhe. Hier ist so ein Höhlenengang. Ist hier? Nee, sah bloß aus. Komm. Kann man hier vielleicht den Hügel hoch? Sieht mir zu steil aus. Ja, man kann so ein bisschen hüpflitschen. Schön schräg laufen wie immer. Sprinten und hüpfen, fußen hier doch mal. Ja, und mein Bein ist wieder bei vier Minuten. Du darfst bloß nicht runterfallen, ne? Ich darf eigentlich nicht mal rennen. Stimmt. Am besten nichts machen. Atmen. Atmen reicht. Nur gehobener Service. Und atmen. Gehobener Service. Und atmen. Ah, letztens kamen wir die anderen komischen vorhin geguckt. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Ich bin doch keine große Krabbe. Ja genau. Nein, hier ist Patrick. Du weißt schon, dass Salah eine große Krabbe heißt. Ja, Mann. Mach ruhig, ich muss nicht rennen. Ich renne auch nicht. Mach. Aber ich kann. Ja. So, erstmal zum Drop, ne? Ja. Hier liegt nichts. Oh, was ist das denn für ein Lootspot da? Das ist ja schon wieder so eine... Das sieht so gefährlich aus, oder? So eine halbe Survival Base da. Wundermal. Zum Glück, dass wir hier noch keinen Zombie helfen, oder so. Was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass man sich bei der glühenden Kohle nicht verbrennen kann, wenn man drüber läuft. Stimmt. So, du sagst. Ich pass mal den Drop an. Ja. Finger den mal an. 9mm. Einmal Steroide. Einmal selbst überbautes Pistolenpaket. Schmeiß ich den mal gleich hin hier. Und einmal Fertigungsbuchset. Das ist für mich. Hast du alle gekriegt, weil ich dich nicht geschmissen hab? Alle gekriegt. Lass ich aber noch zu. So, ich mach auf. Endland. Oh. Reparaturwerkzeug. Das wird für dich. Ne, warte mal Reparaturwerkzeug. Heimwerker, Professorenwesen, da. Verbessere die Fähigkeiten, Fähigkeiten. Reparaturwerkzeug. Was ist denn Reparaturwerkzeug? Aus Supermais kann man Kleber herstellen. Echt? Krass. 3x Supermais und Wasser macht Kleber. Ach, das ist der Hammer. Reparaturwerkzeug. Nehm ich mir. Hau ich mir im Kopf. Ja. Dann habe ich hier Fertigung von Fallen. Das haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Und dann hier Fertigung, Schlagringe können wir verkaufen. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Fallen, du Ecke. Fallen? Was sind denn Fallen? Ich guck mal nach erst mal. Ja. Na, Fallen sind doch die Häcksler. Und hier Elektro... Ne, Elektrofallenpfeilen, ja. Weiß ich. Ich weiß halt nicht wo das jetzt alles, alles drin fällt. Elektrozaun, Stahlpfeile, also diese Fallkanonen. Ähm. Spikes und so'n Scheiß, oder? Klingfalle, Schrotflinten geschützt, Maschinenpistolen geschützt, Turm, so ne Dinger. Zieh ich mir mal rin. Mach das. Na, cutte ich schon eben. Ich schleich mich hier schon mal langsam ran. Ich glaube wir müssen erstmal schnell die Folge beenden. Okay. Ist glaube ich besser, weil wir sind schon drüber. Ja. So, wir beenden hier die Folge. Schöner Cliffhanger. Wir machen jetzt noch die Mission. Die seht ihr dann in der nächsten Folge. Da kommt ein halber. Ich moderier mal weiter ab. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir würden uns sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Reingehauen und tschü tschü. Tschau. Jetzt aber. Hey. Tschau. Tschau.